So, und es geht weiter mit der nächsten Episode von Sonic Battle. Das letzte Mal haben wir ja schön viel kennengelernt und... Wen hab ich denn nochmal als Gast zu Gast? Den A917, immer noch der verrückte Kurpuscher. Und Dr. Arz, dem die Tiere vertrauen. Hey! Und... Was willst du? Du grüßt mal so eine hübsche Frau? Na, okay, also wenn man auf deine Argumente schaut... Ja, okay, Entschuldigung. Ich hab keine Zeit für Höflichkeiten. Außerdem laufen mir schon genug Mädels nach. Das ist ein Arschloch, ey, gedisst, ey. Das einzige Mädel, das ich dir folgen sah, war eine Roboterfrau hier natürlich. Welche Roboterfrau? Die Roboter war Gummipuppe. Gummipuppe, das war eine Gummipuppe, verdammt, das weißt du gar nicht. Du meinst nicht diesen Roboter? Wie wär's mit einer kleinen Wette? Wenn ich gewinne, wirst du dein Partner... Das wirst du mein Partner, okay? Wenn du dir so vorstellst, ein Date zu kriegen, musst du dich hinten anstellen. Also, die Schlange Shadow ist ziemlich lang... Äh, ist ziemlich lang Shadow, ja. Schlange Shadow? Ja, okay. Dr. Eggman hat selbst... ...meinen Boss, denn... ...an kleinen Roboterin... ...seh, bla bla bla. Ja, also, dem heißt du... ...bla... ...fick ich Schlange, aber ich hab Shadow vorhin gesehen... ...und er hat auch etwas über Eggman, aber ich warte, warum. Das ist jetzt nicht ein Spitzendieb dafür. Ja, Roboter ist ein Spezialfall. Er hat schon einen Link... Was wollt ihr mit eurem Link? Wir sind natürlich in Legend of Zelda. Das ist Sonic! Ja. Boomerang! Boomerang! Genau. Das ist kein Gewinn, ich habe, Roboter. Weißt du, also zurück zu meiner kleinen Wette. Wenn ich gewinne, musst du ein Team mit mir bilden. Okay. Findest du es nicht etwas zu früh, um romantisch zu werden? Und wenn ich gewinne, lässt du mich in Ruhe, okay? Pass bloß auf, und er schätze niemals die Argumente... ...meinen Argumenten... Ein Agenten. Ein Agenten-Argumenten ist dasselbe für mich. Ich hab... Manchmal lese ich einfach Scheiße, vor allem ist es schon spät. Hier. Könntest du dir wehtun? Ach ja, wo wohl? So, ich nehm mal hier... Wie gesagt, also diesen Schuss, wenn der Gegner das hier als Schuss wählt, könnte ich das anblocken. Also nehme ich das auch anblocken. Ich hau sie zu Klump, die Ohrle. Ich mach dich puttern. Nein. Mach das. Uh. Ja, jetzt kann ich hier auf den Boden solche Bomben legen, die sind bei den meisten Fällen ziemlich cheap-ass eigentlich. Ich kann auch so Bouncy-Bounce machen, kann ich auch. Sind die zeitgesteuert oder lässt du die hochgehen? Nee, die kann ich hochgehen lassen oder wenn der Gegner reintraben will. Uh, also... Tret mir. Tja. Ja. 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 Wir können auch dashen, können wir auch. Während des Dashens können wir auch angreifen. Wir können auch das Mädel einfach so verprügeln, was ich jetzt auch vorhabe. Ey, ey, ey. Jetzt dreh nicht durch, Mädel. Jetzt dreht sie durch. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Bam. Komm runter. Ich glaub, da hat jemand seine Tage. Ja. Oh, Mann. Deswegen kämpf ich so ungern gegen Rouge. Die kommt immer... Dauert eine halbe Stunde, bis sie runterkommt. Oh, Mann. Da krieg ich alle Leute, die brauchen auch so lang. Dort. Die Frauen, die brauchen ein Bad immer so lang. Mann. Komm doch mal her, Mädel. Tju. Na, du, du. Äh, der. Toller Schritt. Mann. Du, du, du. Puff. Au, das wollte ich machen. Wann können wir denn unsere Karte einschätzen, die wir bekommen haben? Ja, ähm, wenn wir Emerald wiederhaben, den wollen sie uns ja jetzt grad nicht wiedergeben. So, jetzt stirb. Jetzt stirb doch endlich. Stirb. Ja, da, das hat sie, den Angriff, da ist sie gegen den Mund, aber ich hab sie tot gemacht. So, kriegen wir jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, nee, kriegen wir nicht. Wir kriegen ihn nur, wenn Emerald mit dem Kampf verwechselt, verwickelt ist, verwechselt. Ich gebe doch nicht viel gleich auf. Ich bekomme immer, was ich will. Jetzt noch eine zweite Runde. Es ist, äh, ich finde es mal kacke, eine zweite Runde. So. Fragt mich nicht, warum ich schon mal ein Auge. Hey, hey, nö, hier, komm. Komm, komm her. Du, 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 du. Puff. Mann, ey. Amt sehe ich das richtig, du musst jetzt fünfmal kill? Ja, jetzt muss ich sie fünfmal killen. Du hast schon mal gut aufgepasst. Jetzt hat sie nämlich fünf Leben und ich auch. Nee, nur noch vier. Ja, das habe ich gerade mal so geändert, weil ich sie nicht leiden kann. Ja, und ich kann hier Ringe schmeißen und den hinterher springen. Boomerang! Boomerang! Nur schade, dass dieser Boomerang nicht zurückkommt. Ja. Muss er auch nicht. Wo ist sie? Da ist sie. Da ist sie. Schade, schade. Ah ja. Oh! Okay, du. Stirb doch mal. Ja, wir können uns auch hier heilen, indem wir L gedrückt halten. Also das sieht einfach nur aus, als würde er sich am Sack kratzen. Ja, ähm, wie ihr ja auch schon gesehen habt, da über uns, ähm, da ist ja einmal unsere Health-Leiste, seht ihr ja. Das ist da der große Balken und der Balken da drüber ist so eine Art, ähm, Finisher-Move, will ich mal sagen. Wenn der voll ist und wir, ähm, einen unserer Spezialattacken einsetzen und der sogar trifft, dann ist der Instant-Kill. Uh, ja, Instant-Kill, das ist was ganz Tolles. Es gibt nachher auch, ähm, Charaktere, die haben eine Aufladung, die, ähm, lädt diese, lädt eins von beiden immer richtig schnell auf. Aber wir sehen hier, Sonic ist kein großer Heiler. Es gibt da bessere. Wenn ich das richtig gesehen habe, mit hier lädt man auch seine, äh, immer super hyper box opponent-Attacke aus. Mhm. Auch, ja, aber das ist bei jedem anders. Hm, nicht schlecht. Ich glaube, du hättest genug für heute. Bis später. Tschüss! Komm, soll der MSN? Wie, komm zurück! Äh, nur, ist wohl schon Shadow? Dieser Roboter ist ja echt beliebt. Ich schau mal besser nach bei Tails. Also, ich glaube, in diesem Video kann sich keiner beschweren, dass der Mauszeiger auf Doom im Bild ist. Ja, ich hab kein Bardo-Schild drin. Tails of Water. Gefunden, gefunden. Wow, what the fuck, man! Wieso ist auf, ja, was das jetzt auf sich hat, ich hab keine Ahnung. Wahrscheinlich zum Level. Es ist lange her, dass ich das gezockt hab, und der hat irgendwie nicht viel drauf, die Blechdose. Ey, Blechdose, you suck at life. Die stirbt einfach mal. Ja, der stirbt einfach. Es ist einfach keine große Kunst. Los, komm, komm her. Ist ja unglaublich. Ja, so dunkel. Ja, so anspruchsvoll wie eine Weißwurst. Weißwurst, lecker Weißwurst. Naja, aber eine Weißwurst ist irgendwie doch anspruchsvoller, bis man die richtig nicht gelernt hat zu essen. Tut so einfach. Der lernt auch nicht, ey. Der lernt nicht. Aber der hat dich doch schon getroffen, oder? Ja, hat er. Unglaublich. Er ist besser als Shadow. Nee, aber nachher werden die Kämpfe richtig schwer. Dann werde ich auch auf ein paar Cheap-Ass-Tricks hin zurückgreifen müssen, so wie es aussieht. Es gibt, weil nachher werden die Fights richtig unfair. Dann muss man auch mal ein bisschen gegen die Armee angreifen. Wenn du denn da zum Beispiel alleine gegen drei bist, oder so. Aber wenn der hier einfach zu doof ist, seine Verteidigung mal zu wechseln, ist das nicht mein Problem. Das stimmt. Ja, der hat immer noch nicht gelernt. Also waive ich ihn zu Tode. Und der ist schon getroffen. Oh, Game Set. Ich meine ernsthaft, die lernen nicht. Tut mir leid. Ich kann nichts für euch. Und wenn die nicht lernen, das ist das nicht mein Problem. Tails, bist du okay? Warte, ich bin gleich da. Jetzt geh doch mal rein, du. Tails ist auch angepisst. Tails, bist du in Ordnung? Sonic, du musst es dir ansehen. In den Nachrichten ist ein Robot, der genauso aussieht wie unserer. Oh, nee. Und er hat scheinbar ein paar Juwelierläden ausgeraubt. Uh, nein. Wie kann er nur? Man hat ja sonst nichts zu tun als Roboter. Ganz genau. Wir haben da auch lange Zeit. Ich glaube, wir haben die Fälschung eben getroffen. Ich frage mich, ob da draußen nicht noch mehr davon rumschwärmen. Hm. Ist mir nämlich richtig interessant. Hm. Sonic! Also, was hast du rausgekriegt? Nichts. Ich weiß jetzt, wie man die Toilette benutzt. Ich habe die Spülung gefunden. Super, Tails. Ich habe, ähm, was ich rausbekommen habe. In diesem Roboter steckt eine unglaubliche Technologie. Nee, nicht dein Ernst. Oh, what the fuck. Du dachtest, ist das so ein einnamiger Bandit-Spieler oder mal? Ja, natürlich. Also, das sieht nicht so aus. Es gehör... Es gehorcht nicht mal mein Befehl. Dummes Ding. Du musst ihn einfach mal eine Aktion erleben. Wartet raus, bis ich fertig bin. Ja. What the fuck is that for? Vielen Dank fürs Warten. Lass uns fünf Heavy-Attacks versuchen, um diese Heavy-Attack auszuführen. Drücke das Steuerkreuz um die Richtung. Blablabla. Fighting-Skills? Glaubst du, das Ding kann überhaupt alleine stehen? Das sieht ziemlich fertig aus. Mach dir keine Sorgen, Sonic. Bist du in... Bist du so weit? Als ob ich eine Wahl hätte. Super, aber dabei ist die Episode jetzt eigentlich gleich zu Ende. Oh. Das ist schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich jetzt auch noch in der nächsten Episode dabei haben kann. Doch. Ja, eine krieg ich noch. Okay, eine kriegst du noch. Dann machen wir jetzt hier mal. Ja, okay, dann mach ich dich halt tot. Wenn du sonst kein Problem dagegen hast, dann mach ich dich halt kaputt. Dann hau ich dir eben halt aufs Maul. Ich hab damit kein Problem. Ich hab ein Zeitraum. Du musst diese Attacke ausführen innerhalb von... Ja, eine Heavy-Attack. Ach, wahrscheinlich... Das hier? Ne, was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Das Rechtsteuerkreuz in die Richtung des Gegners und B. Ja, das ist... B, was war hier B? Ja, achso. Das hier. Ja, das ist die Heavy-Attack. Die hier. Bam! Ja, schau mal, du hast zwei Punkte bekommen inzwischen. Fünfmal. Ähm, so, jetzt... Ey, hallo, Treff? Jetzt hab ich sogar die Kombi von der Heavy-Attack aus... Achso. Ah, okay. Ah, Sonic Flare. Yeah. Genau, das sind immer Karten. Ich würd echt gern mal langsam unseren Zuschauern erklären. Aber erst in der nächsten Episode, sonst rennt die Zeit davon. Ich muss jetzt einmal schneiden. Wir sehen uns hier an der, genau der Stelle weiter mit dem Kartofftube. Bis zum nächsten Mal. See ya, boi. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.